So, also wir gehen rein, sagt er, Hugo, weil ich ein Macher bin. Und dann geht das los hier mit Sascha? Ich bin ja kein Macher. Ja, stimmt. Auf geht's. Jo, was geht ab? So, Jungs, ich bin bereit. Ich hab mir gerade eine Cola reingefischen, ich bin auf Sendung. Was läuft, was läuft, willkommen zum nächsten Video. Fortnite-Turnier von Amar und Eli Geller. Eli Geller oder so. Heute werden wohl die Teams ausgelost. Und der E-Sportler dazu ist... Komm, jetzt irgendwie so Wendel oder so. Oh. Oh. Nein, nein. Oh Mann, warum kriegen... Es ist... Patsache, man sieht es einfach nur. Oh! Ey, Digger, ich hab hässliche Fähigkeiten, Bro. Ey, der heißt doch Vardael. Ach, sch***, Digga. Vadel heißt der. Wendel, Vardael. Wahrscheinlich fährt er sich ganz anders... Vardael? Ja, ich weiß nicht, wie das auch ist. Ich hab keine Ahnung. Der heißt Vadel. Vardael, Vadel, Vadel. Ja, sch*** auch. Ich bin Alex, ich bin 16 Jahre alt, ich bin auch als Vadel bekannt. Die Sch*** macht mein Mann. Das ist S***, ich weiß nicht, ich kann das nicht wissen. Die sch***, die Sch*** macht mein Mann. Vadel... Was aufs R Meteor. Kurze Waffe... Welche Waffe spielen Sie denn, Willi? Ähm, die Bande... Bande... Wie bitte? Bandeal... 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 Oh, ich kenn die gar nicht. Ist die neu? Ach, du meinst die Wendel? ja unser erstes gemeinsames date stimmt so aber ich werde kurz alleine lassen wo der stuhl knaschen sag mal wo geht das oder was aber der bereich wo die immer sitzen das ist ja schon immer dass die mainstream sitzen der immer weiter hinten im rase seiang das ist ja rase seiang warst du das schon mal essen ach so wenn du im rase seiang reingehst dann ist es quasi so dass er geht es immer so nach rechts weg und da sitzen eigentlich immer die meisten und wenn es nach links geht dann geht es ein bisschen noch um die ecke muss noch eine treppe hoch geht es noch um die ecke immer geradeaus und dann noch mal rechts rum und da sitzen die gerade also die sind extrem weit weg von von den anderen leuten eigentlich war so laut ich glaube vorne haben wir das in der shisha waren die nachgehört digga hart auf hart hätte ich jetzt sehr gerne auf der after im mond digga und du weißt doch ganz genau von wem digga ich kann ja husten und dann wusste man ein bisschen jetzt kommt er nicht sag warum soll die warum sollten die leute kommen ja sascha in der vorbereitung auf das turnier das ist ja voll geil oder was das ist wenn du ihn komplett geboxt hast den gegner es gibt auch zwei ausrufe zeichnet es gibt es gibt full piece und box du hast jetzt hier gerade ein ganz neues team aufgetischt bekommen wir droppen tilted und wir klären tilted w king max damage box shit on ich habe eine blaue striker und der stachler maschinenpistole in grau aber dafür habe ich was anderes jungs wollte wissen was ich habe ich habe dieses gefühl das wird dir heute ein riesen ding das wird die party des jahres ja das sagt mir mein instinkt ja ok perfekt allerdings mit muni und alles zu jung ja kannst du unterholen bro lass doch oh my god oh my god oh my god tomatenkopf wem guckt hier zu hier guckt euch das an das sind punk den clip habe ich schon gesehen hast du ihn auch gesehen oh schade das sind punk also mathematik kopfrechnen ist nicht so deins ne oh 1000 leute sind mitglieder für 2 euro im monat das sind 20.000 euro mach jetzt ne aufgabe ich mach mal 17 mal 4 ja alles nicht bis also 17 mal 4 ist 68 17 mal 4 ist richtig ja ok weil ich ein macher bin ja ok alle 100.000 zuschauer wenn jeder hier ein sub raushaut wie viel geld ist das 100.000 mal 4 sind 40 millionen ne oder 4 oder 4 millionen kann auch sein ja 40 oder 4 millionen musst du mal musst du mal denken musst du mal denken was ist pushen was ist pushen digga wisst ihr wie man jump hat boah reason bitte übertreib nicht was ist ein jump hat ok oh der druck der druck ich bin sehr ich bin sehr hat da ich fuck lauf da rein lauf da rein lauf da rein hat die klinge gemacht oh mein gott die macht das auto kaputt Okay, Ladies, pass auf. Ich guck jetzt einmal rein an das Grußvideo vom Opa. Wenn du mich verarscht hast, dann ist hier was los. Was ist das? Vanguard not initialisiert. Vanguard Anti-Cheat has not been initialisiert. This is your first time playing. You will need to reboot your computer to continue. Der könnte dich auch schon wieder kotzen. Das ist auch das letzte Mal Valium in meinem ganzen Leben. Okay, also ich bin Chamber. Sebo ist Karajou. Ich möchte auf jeden Fall nicht einen Agenten spielen, der irgendwie jetzt ganz dringend gebraucht wird. Ne Jett? Da nehme ich ne Jett einfach. Boah, Jett ist echt der schwierigste von allen. Das kann ich sogar als Amateur sagen. Was war da denn los? Huch! Was war da denn los? Hab ich nie, also... Drehst du nebenbei? Everybody was calling for me! Das hat sie jetzt nicht quasi gemacht. Deine Mates beleidigen dich. Die Gegner beleidigen dich. Die Beleidigung beleidigen dich. Oh mein... Oh mein... Die Kerzen auspustet, das ist so krass, Chat. Komm rein hier, bitte. Und jetzt bleiben wir einfach. Wie komm ich denn da rein? Ach so. Okay, wir müssen jetzt aber klopisch aussteigen, kann man sagen? Bruder, was gibt denn die Cola-Keks, Bruder? Die Cola... Hey! Wir werden von Wölfen gejagt. Hey! Woher kommt denn dieser Kalb jetzt, Bruder? Was ist das? Warum werde ich jetzt von unten angegriffen? Es reicht doch irgendwann, Bruder. Jeden Tag kommt irgendwas Neues. Woher kommt der Hund... Woher kommt diese Malu-Musik jetzt auf einmal? Aber... Oha! Diese Geräusche. Ich kann nicht wegheb. Wisst ihr, woran mich das erinnert bei den beiden? Neunte Klasse. Bruder, ja, alles schön und gut. Aber wieso so... Wieso? Warum? Ich versteh's nicht. Ehrlich. Ehrlich. Also, ich freu mich auch übel für euch. Ich bin nur so in diesem Moment, während ihr jetzt rummacht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Einer kommt zu dir. Ja. Immerhin hat er noch einen Chat, worauf er eingehen kann. Wenn da nichts ist und du hast eine Wand. So, raufhaser. Toll. Zum angucken. Was denn? Ja, ich weiß auch nicht, was da mit den Haaren passiert ist. Backstreet Boys sind zurück. N-Sync. Alle am Start. Er ist nicht Aaron Carter. Vielleicht wollte er... Das ist Revi. Revi Carter. Ja, pfff. Aaron Inside. Revi Mülltonne. Oha. Kappa oder... Nee. Wir müssen noch... De-abonnieren wir auch. Oha, was ist denn jetzt? Zu viele Abonnenten. Hardtrymix. Echt? Schlag ins Gesicht. Ja. Eieiei. Egal. Ich werde wieder gesenkt. Warte. Oh mein Gott, ich hab mein Bildschirm. Trotzdem Zweiter. Also beide Teams nehmen hier Dick-Pick-Punkte mit. Dick-Pick. Sehr starkes Video wieder vom Sunro. Kurs geht raus. Kurs!